Der Simon, der Kameramann von Making-Off, der die ganzen Making-Offs hier bei Schlussmacher gemacht hat, hat heute Geburtstag und arbeitet trotzdem. Tja. Toll, Simon. Das ist Loyalität. Wir freuen uns am meisten auf Matthias Schweighöfer. Ich bin extra für Matthias aus Österreich hergekommen. Ja, ich erwarte, dass er sich ein bisschen Zeit für uns nimmt und am besten noch ein Autogramm, das wäre super. Ich schiebe euch jetzt alle rein. Ihr müsst jetzt alle da rein. Hier schneit es, ihr werdet sonst nass und dann macht es keinen Spaß, denn werden die Fotos scheiße und so. Guck mal, ihr seht selber schon, man kann euch gar nicht erkennen, so weiß es nicht aus. Jetzt geht es hier gleich richtig los mit unserem Muttermann-Schlussmacher-Event heute hier für die Fans. Wir haben die Wette eingelöst. Jetzt hauen wir auf die Kacke. Meine Damen und Herren, ein herzlichen Applaus für Matthias Schweighöfer. Oh, sa-la-la, sa-la-la-la.